ich wollte schon immer was zeigen aber ich weiß nicht ob dieser kanal gut dafür geeignet ist in diesem fall habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen euch dies zu zeigen also so unproduktiv bin ich wohl auch nicht ich gehe raus und so aber nur spiele klavier die gut und gerne mal öfters zu kfc diese musik im hintergrund ist von mir selbst erspielt worden würde mich für 200 likes so 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 ja